Der Beruf der Lagerlogistik, das ist eine Aufgabe mit vielfältigen Aspekten. Man hat nicht jeden Tag einen Fixpunkt, sondern jeder Tag ist anders. Während der dreijährigen Ausbildung durchlaufen unsere Azubis der Wareneingang und die Paketstation, das Warenhandling, die Warenkommissionierung und die Versandabteilung. Hallo, ich bin Diana. 2019 habe ich meine Ausbildung hier bei Kramski als Fachkraft für Lagerlogistik gestartet und wurde Anfang des Jahres nach Bestand der Prüfung auch übernommen. Seitdem bin ich im Wareneingang tätig. Meine Aufgaben sind die Warenannahme und Kontrolle im Wareneingang und das Beladen und die Anmeldung im Versand. Meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß, da es sehr abwechslungsreich ist. Wir haben hier wirklich moderne Arbeitsmittel wie Staplern, Flurförderfahrzeuge, vollautomatisiertes Hochregallager, Fördertechnik, also wirklich Champions League Niveau. Was ist das für Sie? Bombe. Unser Team in der Logistik ist einfach nur eine Mischung zwischen mehrere Verrückte auf einem Haufen. Aber es macht definitiv Spaß, jeden Tag, Tag in, Tag aus reinzukommen auf die Arbeit, weil man genau weiß, was man hier erwartet. Das sind liebe Kollegen, auf die man sich verlassen kann und das macht viel aus im Unternehmen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020